Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner. Die Gesamtsituation. Lauer, Wehner, Deutschlands bester Podcast. Lauer, Wehner, Lauer, Sauer, Wehner, Gesamtsituation, Bewältigung bester Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 182. Folge von Lauer und Wehner. Aufgenommen am Donnerstag, den 28. November 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für offene Feldschlachten und Ausstiegsszenarien. Und Podcasts zur Bewältigung der Gesamtsituation. Zu der muss ich nicht mehr viel sagen. Irgendjemand hat sich dafür entschieden, alle Rädchen auf 11 zu drehen, wie der Engländer sagt. Und naja, man muss nur aus dem Fenster gucken oder in die Nachrichten. Und man weiß, die Gesamtsituation ist nicht gerade besonders schön. Deswegen wird sie bewältigt von diesem Podcast. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcastpartner, mit heraus, Namensgeber dieses Podcasts, Gründungsmitgliedes von Lauer und Wehner, der Berliner Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, lieber Christopher, Historiker, Berater. Om de lettre. Om de lettre. Und Bewältiger der Gesamtsituation. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir reden ja gar nicht mehr darüber, wie es uns geht. Aber wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Und deswegen erklärst du am Anfang immer, lieber Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner? Ja, Bewältigung der Gesamtsituation ist das wichtige Stichwort. Wir werden mit der Welt dadurch fertig und bieten das auch für Teilnehmende an, dass wir uns faktenbasiert aufregen. Das heißt nicht gleich aufregen, sondern erst Fakten anschauen, dann aufregen, sogenanntes faktenbasiertes Aufregen. Ja, ich glaube, du hast das erwähnt, ja. Genau. Und wenn man das macht, was das so immer schön ist, dann wählt man zum Beispiel keine komischen Parteien. Ja, das ist enorm wichtig für die Psychohygiene, für den Emotionshaushalt. Ja, ich merke das auch. Also in den Wochen, wo wir das hier machen, geht es mir deutlich besser, bin ich deutlich entspannter, als in den Wochen, wo wir das hier nicht machen. Also bisemanale, hypomane Phase sozusagen. Ja, genau. Imprägniere mich nicht mit deinem Nivea. So, es gibt eine besonders schöne Kategorie in diesem Podcast. Sie nennt sich, worüber wir nicht reden, worum geht es bei, worüber wir nicht reden, um strategisches Schweigen. Man muss nämlich nicht zu jedem Scheiß etwas sagen. Wenn man nämlich zu jedem Scheiß etwas sagt, macht man den Scheiß deutlich größer, als er eigentlich sein sollte. Das hat man im Englischen mal sehr schön zusammengefasst unter der Formel Stop Making Stupid People Famous. Weil es kommt auch wirklich nie etwas Gutes dabei raus, wenn man Stupid People, also sehr dumme Menschen, berühmt macht. Und mit dumm meinen wir jetzt nicht dumm im Sinn von nicht intelligent. Das ist ja das Schlimme. Wir reden auch heute wieder über Personen, von denen man annehmen kann, dass sie schon auch eine gewisse Intelligenz haben, aber eben sie nicht für schöne Sachen einsetzen, sondern dafür, dass die Welt ein bisschen mehr brennt. Und wir reden einmal über diese Sachen, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Willst du noch irgendwas dazu sagen, worüber es bei, worüber wir nicht reden geht? Oder soll ich direkt einfach darüber reden, worüber wir nicht reden? Ja, Stop Making Stupid People Famous würde ich ins Deutsch übersetzen. Das heißt, nicht vor den Karren spannen lassen. Ja. Und mehr ist da nicht zuzusagen. Ich war gerade tatsächlich etwas abgelenkt, weil ich mir anguckte, was Heiko Maas zum Abzug aus Afghanistan gesagt hat. Ach so, ja, ja. Und ich hatte diesen Gedanken, den man irgendwie dann, das ist eigentlich totaler Allerwelsgedächt hat, er ist aber alt geworden. Und Heiko Maas, ja. Der hat sich ja auch von seiner Schauspielerfrau, Sophia Tomala, nee, Sophia Tomala war das nicht. Siehst du, habe ich schon vergessen, mit wem der zusammen war. Ich verwegschneide leider immer. Ja, aber das ist auch nicht fair. Das ist nicht fair, was du da gesagt hast. Nein, das ist nicht fair. Dass es jetzt irgendwie Frauen attribuiert sei, das Altern, also das finde ich nicht gut. Nein, nein, nein. Ich habe einfach nur, das war jetzt Wortsalat, was mir so spontan zu Heiko Maas eingefallen ist. Natalia Werner war es. Natalia Werner. Das hat ja auch Gründe zum Beispiel. Nachdem ich dir das kritisiert habe, habe ich jetzt erst mal den Namen gesagt. Hast du erst mal geguckt, wie sie heißt? Nee, ich habe in meinem Kopf geguckt. Ich bin tatsächlich von selbst drauf gekommen, ja. Ja, wie gesagt, das hat ja auch Gründe, warum wir in diesem Podcast gar nicht so häufig über Heiko Maas eigentlich nie sprechen. So, aber es geht um, es geht um keinen Geringeren als den, wir haben zum Glück lange nicht mehr über ihn geredet, aber es geht um Jens Spahn. Wir reden heute auch nicht über ihn. Wir reden heute auch nicht über ihn. Es geht um Jens Spahn und nochmal die ganz intensive Mahnung, Erinnerung daran, dass man sich tatsächlich aufhören sollte, mit ihm zu beschäftigen, auch wenn er der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag ist. Das macht einfach, erstens macht es keine gute Stimmung und zweitens ist es auch nicht gut. Warum wollen wir nicht über Jens Spahn reden? Zwei Sachen. Also Jens Spahn fiel einmal dazu auf, dadurch auf, dass er heute auf eine Ente der Bild-Zeitung reingefallen ist, die nämlich geschrieben hatte, dass Robert Habeck nach Frankreich oder in Frankreich quasi angerufen hätte, um darum zu betteln, also tatsächlich zu betteln, dass Frankreich doch bitte jetzt mal einen Atomstrom nach Deutschland liefern sollte, weil sich das sehr hartnäckige Gerücht hält, Deutschland befände sich gerade in einer sogenannten Dunkelflaute. Das ist ja, wenn den Leuten die Probleme mit erneuerbaren Energien haben, wenn denen nichts mehr einfällt, dann kommen die mit der sogenannten Dunkelflaute und sagen, ja, 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 ja. Ja, das ist auch so eine klassische Bullshit-Nummer. Einen Begriff raushauen und dann so tun, als sei man Energieexperte. Ja, und dann so tun, als würde das irgendwas bedeuten, außer dass man ein Wort kann. Ja, 242 BGB kennen und sagen, jetzt kann ich Zivilecht. Genau. Und Jens Spahn twitterte dann also direkt darüber, dass Robert Habeck da also in Frankreich betteln gegangen wäre. Also das ist auch wirklich bizarr, diese Formulierung mit betteln. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Deutschland irgendwoher Strom braucht, dass es da... Ja, lass doch erst mal kurz gucken, was gesagt worden ist. Entschuldigung. Ja, aber ich muss hier Zeit schinden, Ulrich, weil ich es noch nicht aufgeschlagen habe. Dann mache ich das. Also es ist Anlass dieser Bild-Pseudo-Enthüllung, war, dass Robert Habeck an seine Amtskollegin Agnès Pannier-Runach-Scher, wahrscheinlich eine Elsässerin, geschrieben hatte. Robert Habeck hatte gefragt, wörtlich wohl, diese, seine Amtskollegin, du sagtest, dass das Ziel der französischen Regierung sei, zum 1. November 2022 2040 Gigawatt AKW-Leistung und zum 1. Januar 2023 50 Gigawatt am Netz zu haben. Kannst du mir bestätigen, dass ich das richtig erinnert habe? Das hatte die Bild-Zeitung wohl irgendwie ausgegraben. Und zusammen mit dem Chef-Analysten für alles, Jens Spahn, haben sie daraus geschlossen, dass Habeck prüfen wollte, ob Frankreich denn nach Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke genug Strom hätte, um Deutschland mitzuversorgen. Mit zu versorgen. So. Und in Wirklichkeit war es so, dass die, genau das Gegenteil richtig ist, dass es nicht darum ging, um die Frage, können wir denn von euch noch was importieren, sondern um die Frage, wie die Kapazitäten für den Export nach Frankreich sind und die Kapazitäten beziehungsweise die Bedürfnisse Frankreichs, die dortige Stromversorgung zu sichern. Und da musste man für irgendwelche Sperrzeiten berechnen, um zu wissen, wie viel Strom Deutschland an Frankreich liefern musste, um die Ausfälle der störanfälligen französischen AKWs zu kompensieren. Also ziemlich genau. Ja, es geht um das genaue Gegenteil. Diametrale Gegenteil, ja. So. Jens Spahn, der Chefanalytiker, sagt, Moment mal, der Habeck, der will Atomstrom kaufen in Frankreich. Hier schaltet er die Dinge ab, weil er böse ist. Und in Wirklichkeit, aus Boshaftigkeit. Und weil er der Wirtschaft gerne schaden möchte. Als Wirtschaftsminister. Und allen will der Schaden, deshalb schaltet er die Deutschen ab. Weil er bei Bündnis 90 die Grünen ist. Ja. Ideologie. Und deshalb geht er jetzt und schnort quasi Atomstrom von den anderen. Das hat Jens Spahn gesagt. Bettelt um Atomstrom. Ja, ich habe den Tweet jetzt auch gefunden. Um Atomstrom aus, und da benutzt er so dämliche Emojis, um Atomstrom aus Frankreich betteln, aber Kernkraftwerke in Deutschland. Also Frankreich und Deutschland, wohlgemerkt, mit den jeweiligen Fähnchen. Um Atomstrom aus, Frankreich betteln, aber Kernkraftwerke in Deutschland abschalten. Die grüne Energiepolitik ist voller Widersprüche und hat unserer Wirtschaft nachhaltig geschadet. Das Schreiben an die französische Energieministerin zeigt deutlich, dass bei der Abschaltung der Kernkraftwerke grüne, ah, jetzt ist der Tweet da abgeschnitten, ich habe leider nur ein Screenshot, aber wir können uns ungefähr vorstellen, was er geschrieben hat. Und dann hat das Bundesministerium für Wirtschaft Jens Spahn geantwortet, die Darstellung trifft nicht zu. Genau andersrum ist es richtig. Es ging nicht um den Import von französischem Strom nach Deutschland, sondern um die Frage des Exports nach Frankreich, um die französische Stromversorgung zu sichern. Bundesminister Habeck musste seinerzeit berechnen lassen, wie viel Strom Deutschland an Frankreich im Winter 2022, 2023 liefern musste, um die Ausfälle der störenfälligen französischen Atomkraftwerke zu kompensieren. Deutschland hat 2022 jeden Monat mehr Strom nach Frankreich exportiert als importiert. Ja, sie hörten den Energieexperten der Fraktion der christlich-demokratischen Union im Deutschen Bundestag. Ja, das ist toll, mit welcher Expertise oder nicht vorhandenen Expertise man bei der Union was werden kann. Ja, und das ist eigentlich der Grund, das erklärt sich fast von selbst, das ist der Grund, warum wir sagen, nicht mehr über oder mit Jens Spahn reden. Es hat halt einfach auch keinen Sinn. Es ist alles falsch, was der sagt. Es ist alles falsch. Vor allen Dingen, es ist auch, es ist auch, also ich unterstelle eben tatsächlich auch Böswilligkeit, weil ganz ehrlich, ich meine, das kann man, ich glaube, das stand sogar im Bildartikel richtig drin, ja, also er hat sogar diesen Artikel einfach falsch gelesen, das ist, das ist einfach, dieser ganze Vorgang ist komplett grotesk. Ja, das, also das, was man da feststellt, ist, dass Jens Spahn zwar schlimm ist, aber man ihm tatsächlich vorwerfen muss, dass er nicht doof genug ist, um das versehentlich zu machen. Anders ausgedrückt, er hat Vorsatz beim Erzählen der Unwahrheit und das macht er absichtlich und das ist, wir hatten das ja schon in der Redaktionskonferenz angedeutet, das ist die Methode Trump und das heißt umgekehrt, Jens Spahn ist ein Donald Trump für Arme, also hier so für Wenn man den bei Temu kauft. Ja, so von Netto, für Provinzverhältnisse und das ist so richtig, das ist so ungefähr, wenn man, ja, sagen wir mal, man vergleicht Olaf Scholz mit Barack Obama, nee, den vergleicht, geht nicht, funktioniert nicht, ich ziele zurück, Herr Vorsitzender, ich ziele den Antrag zurück und das ist genau diese Methode, der Jens Spahn, der äußert sich hemmungslos, falsch, bewusst falsch zu sagen, nur damit er wahrscheinlich hat er so eine Jens Spahn Strichliste, wann er wieder in irgendwelchen Nachrichten aufgetaucht ist und mit so, also es ist ja wirklich abgrund, abgründig und Jens Spahn wird, wir, wir, wir arbeiten ja daran, das Horrorkabinett für, für und nach der Bundestagswahl zu entwickeln und man muss sagen, Jens Spahn ist, ist gesetzt, ist absolut gesetzt und und also das wird auch, das wird auch wieder ganz toll mit Jens Spahn, wenn Jens Spahn Minister werden sollte, also für uns als Podcast ist es natürlich dann gut, dann haben wir viel zu reden und zu bereden, aber für Deutschland wird es natürlich nicht so schön. Ja, Jens Spahn, wer war es für die von Frau Wagenknecht angesprochene gestern oder vorgestern, wo sie sagte, sie möchte eine Expertenregierung? Ja, kluge Leute, kluge Leute besagten, Wagenknecht schließt Regierungsamt für sich selbst aus. Ja, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, Jens Spahn, nicht drüber reden, du wolltest, glaube ich, aus einem anderen Grund noch nicht reden über ihn, oder? Genau, weil das, also ich meine, das mit dem, Er liefert ja zuverlässig Gründe, nicht drüber zu reden. Er liefert, ja, ja, er liefert zuverlässig, bei dem Thema hier mit dem Energiekauftransfer, obwohl du da, wie ich finde, sehr schlüssig Vorsatz argumentiert hast, ja, kann man da, wenn man jetzt wohlwollend ist, kann man sagen, okay, vielleicht hat der Jens da morgens beim Kaffee das einfach nicht so richtig gelesen, was da in diesem Artikel bei der BILD stand, aber, ähm, Das ist so doof, die BILD-Zeitung zu lesen, das muss man sich auch vor Augen führen. Ja, das ist auch eine schöne Qualifikation. Traut man ihm zu, ja. Jedenfalls, Jens Spahn hat neulich auf irgendeinem, wieder auf so irgendeiner Wirtschaftstagung von irgendeinem Verband, hat er einen, hat er einen Vortrag gehalten, weil er ist ja jetzt Energieexperte, also hat er da über, über Energiethemen geredet, und dann redet er über dem, diesem Forum, Forum Wärmepumpe und hat irgendwie gesagt, dass das, dass das, dass dieses Energieheizungsgesetz, über das wir ja auch geredet haben, dass das nicht so geil wäre, dass das eine totale Katastrophe wäre und Deutschland schon viel mehr Wärmepumpen verkauft hätte, wenn es das nicht geben würde. Aber ich habe auch gelesen, dass Spahn dafür tatsächlich auch ausgelacht worden ist. Ohne die Habeck'sche, ohne das Habeck'sche Heizungsgesetz hätten wir die letzten zwei Jahre mehr Wärmepumpen verkauft, sagt Jens Spahn. Die rot-grüne Ampelpolitik ist krachend gescheitert. Ja, ja, da wurde, da wurde anscheinend, anscheinend wurde er wenigstens direkt ausgelacht. Hm. Ja, ja, ich möchte wirklich aktiv schweigen jetzt über Jens Spahn. Ja, ich kann es an dieser Stelle noch mal wiederholen, man muss es halt tatsächlich tun. Also wir, wir, wir regen uns nicht aus Spaß hier über ihn auf, beziehungsweise wir bringen ihn nicht aus Spaß hier in dieser Kategorie, worüber wir nicht reden. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass dieser Mann gefährlich ist. Ja, also das, was, weil, wie du es, wie du es gesagt hast, der ist, der ist ja nicht, der ist ja nicht blöd. Ja, und das, was der da macht, also bewusst die Unwahrheit zu erzählen, ich meine, Jens Spahn war der Erste, der irgendwie erzählt hat, noch vor ein paar Jahren, wie beschissen Wärmepumpen sind und dass das alles totaler Quatsch ist und dass das alles überhaupt nicht geht und jetzt stellt, jetzt hat der die Chuzpe sich da hinzustellen und zu sagen, ja, nee, also dieses, das Habeck'sche Heizungsgesetz, das wäre die totale Katastrophe und ohne das hätte man schon viel mehr Wärmepumpen verkauft. Also ich meine, ich meine, das war ja bei, Hallo? Hallo? Das war ja schon bei, das war ja schon bei hier Dingens, beim März peinlich, ne? Also in dem Moment, in dem da, ja, weißt du ja, wie ich meine, in dem Moment, wo Blackrock da eingestiegen ist, bei irgendeinem, wir hatten darüber geredet, bei irgendeinem Wärmepumpenverkaufsunternehmen, Laden, Laden, in dem Moment ist, ist März auf einmal auch ganz großer Fan von Wärmepumpen. Ja, das hat ja noch eine gewisse klassische, opportunistische Erklärung, das ist ja, ist ja üblich in der CDU. das macht ja auch, das macht man ja, das macht ja auch Hoffnung, weil du damit ja auch irgendwie siehst, okay, wenn du genug Geld irgendwie hast, ja, und die Protagonisten da alle irgendwie investiert sind, dann kriegst du, dann kriegst du die CDU dazu, alles gut zu finden, ja, du musst nur, musst nur irgendwie gucken, wie die halt alle selber finanziell davon profitieren können, ja, so, aber ja, also das fand ich halt nochmal besonders, das fand ich nochmal besonders, dreist, und ich denke, Spahn macht das schon bewusst, also der würde sich nicht, der würde sich nicht hinstellen und sagen, wir hätten ohne das Gesetz viel mehr Wärmepumpen verkauft, wenn er nicht genau wissen würde, dass er von einem halben Jahr oder Jahr noch lautstark gegen Wärmepumpen gestänkert hat. Der preist das, der preist das ein, dass sich die Leute dann daran irgendwie abarbeiten und aufregen, dem ist das alles so scheißegal, ja, der hat ja auch gesagt, der hat ja auch gesagt, dass VW kaputt geht, weil die sich auf Elektroautos irgendwie eingerichtet haben, der sagt auch in fünf Wochen, sagt der auch wieder, VW ist kaputt, weil die, weil die Grünen, auf den Zwölfzylinder gesetzt haben, nee, weil die Grünen nicht konsequent die Elektroautos von VW gefördert haben oder irgendwie sowas, ja, also das ist, das ist wirklich, ah, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man das, ich weiß, du bist doch hier, wie, wie erklärt man das psychologisch, dass das einen so dermaßen, also dass mich das auch so aufregen ist, ist auch nicht mal das falsche Wort, ich kriege da schon fast, kriege da schon fast Beklemmungen, ich finde das offengesprochen, ja, also ich möchte nicht, dass solche Leute in Deutschland Politik machen. Ja, ich glaube, man fühlt sich da wie, letztlich ist es das Gefühl, dass man, das geht in die Richtung, ich möchte das nicht zu sehr relativieren, dass man wahrscheinlich in einem totalitären Staat hat, wo man so deutlich wie nur irgendwas in absoluter Schärfe vor Augen hat, dass das, was die Leute machen, schlecht ist, sie das aber trotzdem ungehindert machen. Das, was Jens Spahn macht, das ist so, also es ist, es macht ja fassungslos, es macht ja so fassungslos uns, wie es der Blick auf die USA einen fassungslos macht, wo man ja noch sagen kann, ja, USA ist halt anders, vielleicht verstehe ich die Mechanismen da nicht, aber in diesem Fall geht es ja um das Land, dessen Mechanismen wir jedenfalls weltweit, am besten verstehen und auch hier kommt man mit so etwas durch. Man erzählt, they're eating their cats, they're eating their dogs und niemand sagt, okay, jetzt, danke schön, aber bitte äußere dich einfach nie, nie wieder öffentlich. Und ich glaube, es ist wirklich diese Machtlosigkeit, diese Ohnmacht gegenüber dem Bösen, so wie man wo steht und versucht, jemandem zu sagen, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht jetzt einfach hier, oder, oder, weißt du, die Kinder oder so, kannst du denen, du kannst dir nicht einfach eine runterhauen, nur weil du, nur weil du jetzt diesen Schlumpf haben willst oder so etwas. Und ja, das ist das, das ist die Schwierigkeit bei Jens Spahn. Ja, aber eine weitere Schwierigkeit ist auch tatsächlich. Gibt es eigentlich noch jemanden, der vergleichbar in der deutschen Politik? Christian Lindner geht ein bisschen in die Richtung. Christian Lindner ist auf jeden Fall in die Richtung, wobei Christian Lindner, selbst Markus Söder erreicht nicht diese Perfidie, die Jens Spahn erreicht. Also der Markus, das ist so dieses, so ist er halt. Boah, was interessiert er. Der ist auch gut. Er hat ja noch ein bisschen diese Gemütlichkeit und ja, kriegt es ja immer hin. Ja, bei Markus Söder, bei Markus Söder ist halt immer auch noch, naja, Bayern ist nach wie vor ein recht erfolgreiches Bundesland. Also kann, also, der arbeitet wahrscheinlich auch ein bisschen. Ein bisschen wird er wahrscheinlich tatsächlich irgendwie arbeiten. Der wird schon gucken, wie er da irgendwie seine Pappenheimer versorgt kriegt und der wird auch wahrscheinlich intelligent genug sein, zu wissen, dass wenn er keine Ahnung hat, dass er dann da kein Micromanagement betreibt. Ich meine, der Söder macht auch Scheiße. Da bringen sie doch auch immer irgendwie diese, diese Wohnungen, die er da irgendwie, diese da irgendwie verkauft hat. als Land Bayern und so. Aber klar, so richtige Kracher wie der Spahn auch so am laufenden Band. Ich meine, der Spahn liefert ja konsistent einfach auch sehr schlechte Qualität. Also, wenn man sich alleine das ganze Gedöns da um die Masken anschaut und generell, wie er das mit der Corona-Pandemie gemanagt hat, wo Deutschland ja noch Millionen und Milliarden Kosten gegebenenfalls da erwarten, einfach aufgrund seiner schreienden Inkompetenz, das ist schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, also du hast das auf jeden Fall benannt, was bei mir auf jeden Fall ist, das ist ein Gefühl der Ohnmacht. Aber dieses Gefühl der Ohnmacht wird dadurch verschärft, durch etwas, einen Mechanismus, den wir auch in den USA beobachten konnten, bei Donald Trump, nämlich dieses sogenannte Sanewashing. Ja, also der steht, eine Dreiviertelstunde steht Donald Trump da in so einer Town Hall und schunkelt zu Ave Maria. Und wenn Joe Biden das gemacht hätte, wäre wahrscheinlich der Wahlkampf für Joe Biden gelaufen. Und bei Donald Trump ist es halt einfach so ein, ach, so ist er halt, der Donald. Ja, ein Hund ist so schön. Ja, und das ist halt das, und das ist halt das, was man dann halt auch bei Jens Spahn hat, dass er durch diesen medialen Betrieb, den wir haben, noch immer irgendwie als normaler, ernstzunehmender Politiker dargestellt wird. Ja. Der auch dadurch, dass er dann in Talkshows eingeladen wird und so weiter, eine gewisse Legitimation besitzt. Und das ist halt krass, denn es könnte, glaube ich, keinen krasseren Unterschied zwischen einem, sag ich mal, echten Politiker, der tatsächlich arbeitet und Jens Spahn geben. Also das ist halt einfach, das sind halt einfach zwei komplett verschiedene Dinge. Wer ja noch eine Ähnlichkeit besitzt mit Jens Spahn, ist Julia Klöckner, finde ich. Ja. auch diese hemmungslose, schamlose Suche und Nutzung von allem, was man sozusagen, die schmeißt mit allem, was irgendwie fliegt. Und sei es der größte Mist um sich, nur um irgendwo zu erscheinen. Und ja, also ich denke, das ist eine schöne Hausaufgabe, liebe HörerInnen, schöne Hausaufgabe. Suche, suchet nach Personen, Politikern vorrangig, die eine ähnliche Persönlichkeitsstruktur und eine ähnliche Technik wie Jens Spahn anwenden. Beispiel Julia Klöckner, Christian Lindner und ja, schlimm, es ist kein guter Mann, kein guter Mann. Ja, also, ja, ja, ja. Und ich meine, der Spagat, der Spagat, ich sehe hier noch gerade einen anderen Bericht vom Fokus, der Spagat, den Spahn dahin bekommt auf dieser Veranstaltung, ist, dass er irgendwie trotzdem Förderungen für klimafreundliche Heizungen abschaffen möchte. Und zwar, und zwar mit der Begründung, ich möchte keine Industrien im Land, die in Deutschland, die auf Dauer auf Förderungen und Subventionen angewiesen sind, um zu funktionieren. das ist, also, ich weiß gar nicht, ich weiß halt nicht, weil man weiß nicht, wo man anfangen soll, weil er hat dann halt auch einfach überhaupt nicht verstanden, worum es geht, was der, also ich meine, das ist halt klar, Jens Spahn, wenn er an Subventionen denkt, denkt er natürlich immer direkt an Begünstigungen und so, ja, aber es geht ja bei Subventionen in erster Linie erstmal um Steuerung, dass du Anreize setzt, dass Dinge halt getan werden. Und ja, wenn du halt, weiß ich nicht, für ein Elektroauto 4.600 Euro vom Kraftfahrzeugbundesamt bekommst, wenn du dir eins kaufst oder liest und für einen Benziner bekommst du das nicht, ja, dann ist natürlich der Anreiz, dir ein Elektroauto zu kaufen, erstmal größer. Ja, das ist ja aus den Vordergründen auch da, die Kriterien, die Tatbestandsmerkmale von Bullshit erfüllt. Das ist diese, dieses Verdammen von Subventionen, in dem Fall auch wieder so etwas vordergründig, erst einmal Anschlussfähiges, so banal, dass es, dass es einfach scheinbar richtig ist und bei genauerem, bei, bei, bei ein bisschen Hinsehen, gut klingt, klingen mag, auf den, aufs Erste hören, bei ein bisschen Hinsehen völlig auseinanderfliegt. und weil diese Aussage, schlechte Subventionen sind schlecht, die ist ja nun ein, 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 ein Zirkelschluss und das sagt er dann immer wieder und die, die Aussage, Absage an jegliche Form der Subvention ist halt totaler Quatsch. Also ich meine, wer soll denn sonst hier irgendwie die Infrastruktur schaffen und wer soll denn ansonsten Anreize liefern, die der Markt so nicht liefert? Also Jens Spahn tatsächlich one of the greatest Bullshitters around und das hat dieses letzte Zitat von dir auch wieder gezeigt. Das muss man auch erstmal schaffen. Lass uns zu was hoffnungsvollerem wechseln. Ja, lass uns zu was hoffnungsvollem wechseln und zwar ganz kurz zu Angela Merkels Biografie. Da reden wir einfach nicht drüber. Weil Angela Merkels Biografie oder ist das eine Biografie oder ein Memoir? Ich glaube, ist das eine Biografie. Sie hat sie ja selber geschrieben. Eine Autobiografie sogar. Ich glaube, mit ihrer damaligen, also mit ihrer ehemaligen Büroleiterin zusammen, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls, der Economist hat es eigentlich ganz schön zusammengefasst. Angela Merkel hätte zwar Tagebuch über ihre Kanzlerschaft geführt, leider hätten da aber nur die Termine drin gestanden und nicht, was sie dann immer gedacht hätte oder so. Und also es muss wohl eine ziemliche Lobhudelei und Selbstbeweihräucherung sein. Und der Spiegel hatte ja auch ein Interview mit Merkel jetzt auf dem letzten Titel auch, wo sie so nonchalant erst mal das aus der Ampel mit pauschal Männer Ausrufezeichen kommentiert hat und damit direkt wieder zur feministischen Ikone aufstieg. und aber also also auch in diesem Spiegelinterview kein also nicht der Hauch eines Ansatzes sag ich mal einige zumindest einige Dinge ihrer Kanzlerschaft kritisch zu sehen. Also die ganze Frage, was ist in 16 Jahren Angela Merkel eigentlich mit Deutschlands Infrastruktur passiert. Die ganze Frage, was ist in 16 Jahren Angela Merkel eigentlich mit der Zukunftsfähigkeit Deutschlands noch nicht mal der deutschen Industrie aber generell was Zukunftstechnologien angeht passiert. Das ist das ist alles nicht besonders schön und ja die Angela Merkel Festspiele finden also momentan statt in den Medien alle sind irgendwie begeistert ist das falsche Wort. Aber man schaut so ein bisschen nostalgisch zurück. Ja es ist es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht das also ich glaube Olaf Scholz bekäme später mal nicht so seine Kanzlerschaft durch die rosa rote Brille also ich meine dass Merkel das macht ist ja ist ja in Ordnung aber also was heißt in Ordnung aber dass Merkel das macht ist ja noch nachvollziehbar aber die Frage ist ja wirklich müssen müssen denn jetzt wirklich die Medien in Deutschland müssen die da mitmachen müssen die da mitziehen also ich bin meine Antwort ist nee müssen sie nicht machen sie aber trotzdem ja in der Tat ich wollte auch genau das sagen vielleicht mit Frau Merkel ja muss man ja gar nicht den zentralen Vorwurf machen dass da jemand mit 70 zurückblickt und Sato also alles in allem war ich ziemlich gut war schon ganz geil ne okay geschenkt das finde ich auch finde ich eigentlich auch finde ich fast irgendwie ein bisschen es klingt etwas komisch wenn man das so sagt aber ich finde es fast ein bisschen drollig wie so ach nö war alles eigentlich ganz schön ne und Blaubeeren pflücken da irgendwie im Osten und so und Hälfte des Lebens DDR andere Hälfte dann Spitzenpolitik schön schön also okay gegessen geschenkt also das können Lauer und Wehner akzeptieren das aber also der Umstand Lobhudelei hast du auch schon gesagt ich habe eigentlich auch nichts ansatzweise originelles dann an Kommentierung gehört es war also im Grunde immer das was wir jetzt auch sagen ja super lobt sich selber dabei ist doch einiges angebrannt und dann gibt es noch welche die sagen ja hat ja irgendwie sich ganz schön durchgesetzt und sowas gut schade dass sie dass sie da in Zeiten niedrigster Zinsen nicht vielleicht mal ein bisschen für gesorgt hat dass man Geld in die Hand aber irgendwas originelles war da nicht bei und das was aus dieser Biografie lang öffentlich geworden ist das hatte ging nach meiner Wahrnehmung an keiner Stelle über das hinaus was von während dieser 16 Jahre laufend öffentlich in Nachrichten Tagesschau sonst wo auch wahrnehmen konnte das liefert null mehr Wert diese Biografie und auch null mehr Wert die Betrachtung der Autobiografin Angela Merkel das ist wieder genau das gleiche es kommt gar nichts dabei raus eine Sache muss ich aber noch sagen jetzt bei all den Dingen bei all den Dingen die man an Angela Merkel und ihrer Kanzlerschaft kritisieren könnte im Rahmen des Buches hat ein Kommentator beim Stern tatsächlich den Vogel abgeschossen auf eine Art und Weise die schwer in Worte zu fassen sind und zwar hat er den unfassbaren Hot Take gebracht dass ja überhaupt nicht darüber geredet werden würde dass Angela Merkel durch dieses Buch ja eine sehr reiche Frau werden würde ja Mensch und hat dann irgendwie und hat dann irgendwie vorgerechnet dass sie da angeblich 10 Millionen Euro mitmachen würde mit diesem Buch was ich jetzt nicht bewerten kann also aber da muss ich tatsächlich sagen das war der das war der aller dümmste Take insbesondere wenn man sich wenn man sich wenn man sich überlegt man verdient als Bundeskanzlerin 400.000 Euro brutto im Jahr wo ich sagen muss ist meiner Meinung nach für den Job viel zu wenig aber das ist was anderes 400.000 Euro im Jahr kriegt dafür aber wirklich außerordentlich viel bezahlt also noch nicht mal jetzt durch irgendwelche Leute die einen beeinflussen müssen aber ich glaube nicht dass Angela Merkel ständig für das Essen und alles was sie da als Bundeskanzlerin bekommt bezahlen muss oder wenn sie in der wenn sie dann im Flieger sitzt dass sie den bezahlen muss oder ich glaube die einzigen ich glaube die ich glaube die einzigen Kosten die die halt tatsächlich hatte in diesen 16 Jahren ist wenn sie dann da mit ihrem Mann in die wo sind die immer hingefahren da wandern in Italien irgendwo da hat sie mal selber Geld ausgegeben aber ansonsten so weiß ich nicht oder für die Karten da in Bayreuth und diese Kleider die sie dann da anhatte oder so also will damit sagen von diesen 400.000 Euro weiß ich nicht was da brutto übrig bleibt irgendwie wahrscheinlich irgendwie 250 oder 300 irgendwas dazwischen da wird die Angela Merkel auch wie die immer rumgelaufen ist das haben wir ja gesagt Angela Merkel ne das ist eine wunderschöne Analyse eines der Erfolgsgeheimnisse von Angela Merkel war du konntest die dir überall du konntest sie dir auf jeder Kommunion auf jeder Hochzeit auf jedem irgendwas auf jeder Festivität in Deutschland vorstellen und sie wäre nicht aufgefallen also weder positiv noch negativ das wäre halt die Tante Angela gewesen wie sie dann da sitzt mit ihren Handtaschen und so also nix extravagant ist keine extravaganten Schuhe keine extravaganten Klamotten einfach ganz normal ganz bieder wenn man so einen Lebensstil nach außen trägt gibt man nicht die ganzen 400.000 Euro oder was man da verdient was dann da netto übrig bleibt die gibt man nicht aus sondern Angela Merkel wird wird die Hälfte der Kohle die sie netto hatte wahrscheinlich hat sie auch noch eine gute Pension ja sie hat auch noch eine gute Pension das sei ja auch gegönnt ich meine die ist kein vergnügungssteuerpflichtiger Job wenn man schon so bescheuert ist zu sagen Angela Merkel verdient mit ihrem Buch viel Geld was ich gar nicht glaube aber auch was ihr auch gegönnt sei dann soll man sich wenigstens vorher Gedanken darüber machen dass Angela Merkel möglicherweise schon in den letzten 16 Jahren ordentlich Kohle verdient hat ja ja gut so hier der kurze Hinweis man kann diesen Podcast unterstützen alle Infos dazu finden wir auf plus.lauerundwena.com de und bei allen die uns bereits unterstützen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken vielen lieben Dank so kommen wir zum nächsten Thema die freie demokratische Partei ja eine viele stetiger Freude ja race to the bottom gegen sich selbst und nun kommt es so dass wie jedenfalls die Süddeutsche Zeitung behauptet die Süddeutsche Zeitung behauptet die Süddeutsche Zeitung habe das Dokument ein Kerndokument der Exit Planung der FDP ausgegraben zugespielt bekommen sie habe dann die FDP wie man das so machen muss konfrontiert und die FDP hat sich erbeten bis zum Abend Zeit um die konfrontativen Fragen zu beantworten und während diese Zeit verstrich hat dann die FDP in einer Maßnahme großer Transparenz dieses Papier selber veröffentlicht mit das allerdünnste was man machen kann zusammen mit einer Erklärung nunmehr also ist wir spulen noch ein bisschen zurück Robert Pausch und andere Journalisten der Wochenzeitung die Zeit hatten also ja die Exit Planung nennen wir es einmal der FDP beleuchtet sehr eindrucksvoll recherchiert zusammen recherchiert sehr eindrucksvoll recherchiert in den Wochen davor passiert ist wo so Meetings stattfanden in einer Villa der Friedrich Naumann Stiftung und man verschiedene Szenarien durchspielt irgendwann war Volker Wissing nicht mehr dabei und das Ganze so ja wie den Produkt Launch irgendeines schädlichen Produktes durchspielte irgendwelche so ultra hochgezuckerte Nachtische für kleine Kinder in den Markt zu drücken oder eine neue besonders schnell abhängig machende Zigarettenmarke so hatten die sich ungefähr überlegt wie machen wir das denn und das wurde geschildert von der Zeit daraufhin gab es einen Aufschrei Christian Lindner hat das Ganze kommentiert mit den mit den bald schon traurig historischen Worten es ist Wahlkampf wo ist die Nachricht und damit insinuierend oder ja insinuierend das würden ja schließlich alle machen und Olaf Scholz habe ja schon im Sommer sich überlegt ob er vielleicht die Koalition platzen lassen wolle man erinnert sich dass aus Anlass seines Rausschmisses Christian Lindners zentrale Kritik an dem Vorgang war dass der Bundeskanzler die Rede mit der er dann das Ende der Regierungskoalition verkündete dass er das vorbereitet hatte das war das erste und das war auch auffällig das hatten wir auch als sehr sehr auffällig erwähnt dass das der Vorwurf war dass er die Rede vorbereitet hatte ja jedenfalls also so lief es und nun das ganze schwellt weiter die FDP im ja in Annäherung an die 3% Grenze bodennah schon bodentief unterwegs und dann das die FDP die FDP die Süddeutsche Zeitung offenbar jedenfalls rühmt sie sich dessen gräbt dann da kommt an dieses an eines dieser Papiere ran die FDP sind halt absolute Taktiker gewiefte Taktiker und Großstrategen sagen oh nee hier Süddeutsche Zeitung wir beantworten euch das bis 20 Uhr heute Abend und dann um 16 Uhr knallen sie das auf ihre Webseite und da haben wir das Papier jetzt kann jeder sehen mit was für absoluten Top Kräften wir es da zu tun haben Teil der Erklärung die damit verbunden war ist dann auch dieses Papier in dem wir kommen ja gleich noch darauf gucken uns gleich noch ein bisschen an dieses Papier in dem also immer gesagt wurde welche sogenannten Spitzenkräfte der FDP was machen und wo die absoluten die Meinungsführer dann wie angesprochen sind und wie die Bundesspitze das alles framet dass man sagt dieses Papier das hat eigentlich von den führenden von den führenden FDP-Politikern hat das hat das gar keiner wirklich gesehen das war gar nicht für die das war das hat also einfach da nur der das hat mir der Praktikant quasi das hat das hat hier unser Schülerpraktikant hat das mal gemacht der kannte sich da irgendwie ganz gut aus mit der Benni PowerPoint ja der Benni aus Bielefeld der kannte sich das war der einzige der auch so PowerPoint so ganz gut konnte und der hat dann also noch ein paar Grafen die Grafiken waren nicht so gut deshalb haben wir den mal rausgenommen das ist nämlich auch einer der auffälligen Punkte da sind gar keine Grafiken drin bis auf eine bis auf eine falsch dargestellte Pyramide die Pyramide die müssen wir beschreiben die ist einfach gut die ist jetzt schon ein die ist jetzt schon ein Internet Meme geworden und zwar eine also ihr kennt ja diese Nahrungsmittel Pyramide und diese Pyramiden sind ja dann eigentlich immer so dass oben das Wichtigste steht und unten so das Unwichtigste oder Breiteste und die FDP hat es hingekriegt es genau falsch zu machen also erstens dieses erstens und das ist ja auch etwas die FDP und auch ihre Spitzenvertreter der Generalsekretär der FDP haben alle immer vehement bestritten dass dieser ganze Vorgang bei denen unter dem Namen D-Day abgelaufen ist ja oder oder ja behandelt und verhandelt wurde jetzt stellt sich raus hat doch nicht gestimmt sie haben es intern doch die ganze Zeit D-Day genannt und dann gibt es also hier diese Grafik der sogenannten D-Day Ablauf Pyramide was schon also ich meine Ablauf Pyramide ist das auch schon eine kultige Nummer ja das ist kein gutes Deutsch aber D-Day Ablauf Pyramide wird ein Wort sein das wahrscheinlich bis zu meinem Tod mietfrei mietfrei in meinem Kopf leben würde ich denke auch das ist ganz viele ganz viele Projektpläne müssen umgeschrieben werden und ersetzt werden also so die ganzen Zeitstrahlen und sowas das wird alles jetzt durch die Ablauf Pyramide ersetzt durch die D-Day Ablauf Pyramide so die D-Day Ablauf Pyramide hat vier Phasen was ja auch schon mal mich irgendwie so also entweder sollten es drei Phasen oder fünf Phasen sein vier Phasen finde ich irgendwie also finde ich nicht gut die D-Day Ablauf Pyramide Phase eins Impuls Phase zwei ganz oben in der Spitze muss man dazu sagen genau ganz oben in der Spitze Impuls und dann und dann und dann Phase zwei Narrativ qualitativ setzen Phase drei Narrativ quantitativ verbreiten ich weiß nicht das ist quantitativ verbreiten das ist also selbst Chat GPT würde einem das besser zusammenschreiben das ist einfach das ist einfach das ist einfach Quatsch und dann Phase vier und das finde ich natürlich als auch Warhammer 40.000 Spieler besonders gut Beginn der offenen Feldschlacht ja schön so und das ist und das ist in sich muss ich sagen so geschmacklos also einmal muss ich sagen D-Day als Deutscher finde ich finde ich ganz schwierig Dinge D-Day zu nennen also das ist das ist einfach vielleicht wer es noch kennt also da gibt es ja genug Familien die auch einen persönlichen Bezug zum D-Day haben in Deutschland und auch weltweit gibt es genug andere Familien die einen Bezug dazu haben also und jedenfalls offene Feldschlacht Beginn der offenen Feldschlacht also ich bin ich bin da ich bin da bin da ein bisschen fassungslos tatsächlich also diese Geschichts diese Geschichtsvergessenheit auch diese Geschmacklosigkeit also klar man redet in der Politik benutzt man oft so Militärbegriffe wie Kampagne es ist ein Wahlkampf oder so ja aber man hätte es ja auch dann Beginn des Wahlkampfs nennen können wäre auch jedem irgendwie klar gewesen was gemeint ist aber Beginn der offenen Feldschlacht also ich meine vor allen Dingen im Geheimen so ein Bums zu planen und dann so eine falschrumme D-Day-Ablauf-Pyramide zu machen ist halt mal so ungefähr genau das Gegenteil einer offenen Feldschlacht außerdem wenn man sich dann auch noch hinstellt und es alles so läuft wie geplant und man sich dann hinstellt und den anderen unterstellt sie hätten das geplant und man selbst hätte es ja gar nicht geplant also das ist das genaue Gegenteil einer offenen Feldschlacht Lass uns noch ein bisschen hineinschauen in die Ablauf-Pyramide die Ablauf-Pyramide ist dann ja noch also die Ablauf-Pyramide wer es nachschlagen möchte kommt auf Folie Nummer 7 und auf Folie Nummer 8 gibt es dann noch etwas ausführlichere Erläuterungen zu den einzelnen Stufen der D-Day-Ablauf-Pyramide und da sind die Stufen nochmal die Phasen die 4 auch nochmal bezeichnet und wenn man sie noch einmal ganz rasch runter buchstabiert Impuls Narrativ setzen Narrativ verbreiten offene Feldschlag da sieht man ja schon bei rein semantischer Analyse vielleicht auch pragmatischer Interpretation man sieht dass es ausschließlich selbstbezogen ist das heißt was ich damit sagen es gibt dann auch in den Erläuterungen gibt es nur an einer Stelle etwas wo man den wo man inhaltlich den den eigenen die eigene Sphäre einmal ganz ganz kurz nach außen verlässt das ist der zweite Spiegelstrich in Phase 1 Impuls man möchte nämlich dass Christian Lindner vor der Presse gute Argumente verbreitet warum das Ampel aus und rasche Neuwahlen und jetzt kommt das wo man einmal nach außen schaut für Deutschland die Wirtschaft und die Menschen besser ist alles andere und zwar alles andere dreht sich ausschließlich um die Partei und ihre Leute und ihre Selbstdarstellung und um nichts und zwar gar nichts anderes und es dreht sich nicht darum dass man vielleicht auch irgendein Ziel das außerhalb der eigenen Sphäre liegt vielleicht erreichen können will also es geht nur darum sich selber zu positionieren die Phasen heißen also nicht nach irgendwelchen Zielen oder sonst was nur Narrativ es ist das einer der Leitmotive auch von Lauer und Wehner es geht nicht um Qualität es geht um Qualitätsanmutung also es geht nicht darum dass es ein wirklich gutes Material ist sondern dass es zwar genau derselbe Scheiß Plastik ist den alle verwenden der aber aussieht als wäre es Napperleder und genau so möchte hier die FDP ihr ihr Billigmetall so von außen anstreichen als sei es ein Edelmetall ihr ihr Zink Quatsch da so polieren dass es aussieht wie Silber die haben einen Block Analog Käse und tun als hätten sie den Parmesan erfunden so schlimm ist es nämlich ganz ganz genau ich möchte noch kurz dieses Papier dass wo die FDP hingeht und dass offenbar auch wenige Minuten oder kurz nachdem sie gefragt wird kommt dieses Papier kommt das von euch liebe Grüße eure Süddeutsche wenige Minuten danach veröffentlicht sie das Papier und dazu die Erklärung die ich vorhin schon angesprochen hatte die lautet dieses Papier ist in Verantwortung des Bundesgeschäftsführers erstellt worden dieses technische Papier ist kein Gegenstand der politischen Beratung von gewählten Mandatsträgern und Regierungsmitgliedern gewesen sondern eine rein interne Vorbereitung für das Szenario eines Ausscheidens der FDP aus der Ampelkoalition also mit anderen Worten man sagt das ist ein Papier wir hatten vorhin schon gesagt das hat der Praktikant gemacht das ist ein Papier das angeblich keinem vorgelegen hat und das kann man einmal sollte man einmal kurz daran überprüfen an einigen an einigen Merkmalen oder an einigen Inhalten wo es zum Beispiel eine ganze Folie die Folie 4 die mit dem meisten Text da ist ein Statement CL möglicherweise Statement Christian Lindner und da ist schon minutiös ausbuchstabiert was denn CL sagen soll vielleicht das ist aber auch Christopher Lauer Christopher Lauer ja richtig aha müssen wir ein Disclaimer machen müssen wir an dieser Stelle abbrechen und eben auch ein Statement Christopher Lauer und eben auch die letzte Folie wo dann die Kommunikationskanäle genannt werden manche kann manche kann ich nicht ohne weiteres dechiffrieren aber das ist jedenfalls schon sehr minutiös sehr präzise und sehr detailreich ja da ist dieses Papier sehr schön bravo bravo FDP wie gut sag ich mal diese Selbstenthüllung der FDP bei den Medien ankommt sieht man dadurch was gerade auf die Leute die sich auskennen wissen was ich meine was auf HP1 bei Spiegel Online steht HP1 ist also die erste Geschichte auf der Webseite und da hat man ein Bild von Christian Lindner auf dem er sehr alt und verbraucht aussieht und so nach unten guckt und gar nicht fröhlich aussieht und dann heißt es freie demolierte Partei D-Day Plan zum Ampelbruch freie demolierte Partei die FDP leugnete beharrlich auf einen D-Day hingearbeitet zu haben doch unter dem Druck von Presseanfragen hat sie nun den Plan zum Ampelbruch veröffentlicht mitsamt der kruden Rhetorik wer soll dieser Partei noch glauben und ganz ehrlich es gibt zwar dieses All News are good news oder Bad News are good news oder so ganz ehrlich es gibt auch Ausnahmen und das hier ist definitiv eine solche Ausnahme mir ist ja auch wichtig zwei Dinge dazu zu sagen zum einen manchmal habe ich den Eindruck dass man Christian Lindner fast so ein bisschen laufen lässt mit seiner Aussage es ist Wahlkampf was ist die Nachricht das ist nämlich das darf man nicht so im Raum stehen lassen sondern man muss sagen die Nachricht lautet nämlich Doppelpunkt klar alle Menschen mit mehr als einer Gehirnzelle die stellen eigentlich konstant Szenarien auf und ganz bestimmt auch alle Parteien denken in verschiedenen Szenarien aber die Nachricht ist und der große Unterschied zu dem was was alle Parteien der demokratischen Mitte machen sie haben einfach auch noch die Sache im Blick sie machen keine rein strategischen Dinge jedenfalls nicht in nicht in in Regierungsverantwortung und das ist die Nachricht also Christian lieber Christian lieber CL die Nachricht ist dass so perfide wie ihr das gemacht hat macht das von den einigermaßen seriösen Parteien und da sehe ich auch die CDU CSU sogar für an macht das in diesem Kernbereich des Handelns nämlich bei der Frage ob man die gewählte Regierung an die Wand fahren lässt oder nicht so schlimm macht das bislang keiner und der andere Punkt ist den ich noch hervorheben möchte diese diese dieses Statement dass die Veröffentlichung von dem Papier begleitet und dieses Leugnen bis zum Schluss da muss ich an meine beruflichste Praxis als Verteidiger denken ich weiß jetzt was kommt ja soll ich soll ich lösen ich freu dich still ich weiß was du glaubst was kommt mal gucken ob das kannst du gleich sagen was was du glaubst was kommt es gibt natürlich Fälle in denen die Verteidigung starke sehr starke Argumente hat man dem Mandanten sagt ich denke wir machen das so und ich wissen wohl ich noch vor See ist so in Gotts Hand aber wenn alles gut läuft dann kriegen wir hier eine Bewährungsstraf einen Freispruch vielleicht sogar also wir und dann gibt es so Fälle wo man sagt ja was soll man denn jetzt sagen hier niemand hat die Absicht seine Mauer zu errichten oder was und es fällt mir jetzt auch nicht viel ein und dann ist der Mandant auch irgendwie die Mandantin eher selten ist der Mandant auch irgendwie so ein bisschen bockig und man sagt ja also das wäre vielleicht ganz gut wenn wir jetzt hier irgendwie Karten auf den Tisch machen mal einen schönen Deal auch Verständigung genannt dann legen sie da so ein schmales Geständnis ab und dann sagt er nein das gilt überhaupt nicht das war ich nicht und man kommt aber doch irgendwie dahin und sagt okay dann gehe ich diesen Weg halt mit und legt es man nicht gleich nieder und dann saugt man sich so ein paar Argumente Augen und natürlich also im letzten Moment findet man irgendwas findet man ja immer weil nicht also zu 100% schlecht sind ja die allerwenigsten Sachen irgendwas findet okay dann sagt man hier okay das hat nicht das haben nicht die Spitzenpolitiker gemacht das hat hier nur der Geschäftsführer gemacht und die FDP die hat ungefähr in der Bundesebene hat ungefähr vier Leute einer hat es gemacht und die anderen drei haben es nicht gelesen oder was und ich vermute ja dass du vermutet ist ich würde sagen die Entschuldigung darf nicht bescheuerter als die Wahl dass die Ausrede oder die Entschuld oder die Begründung darf nicht bescheuert und ich kann noch für die für unsere humanistischen HörerInnen noch sagen diesen Satz gibt es jetzt ich habe das kürzlich auch auf Latein einmal übersetzt Excusatio non sit stultior quam veritas ein alter Rechtsgrundsatz des späten 20. frühen 21. Jahrhunderts liebe FDP liebe FDP ja so vielleicht der dritte Punkt noch muss man jetzt auch mal langsam rechnen denn ohne die FDP Deutschen Bundestag stellen sich ja vielleicht doch also meine Wunsch Regierung ist tatsächlich ich hoffe ich werde jetzt hier nicht direkt durch die Telefonleitung gelünscht wäre schwarz-grün ohne CSU ja aber da muss das weiß ja selber da muss ja weiß ich selber aber gut jedenfalls Christian Lindner und Konsorten arbeiten wohl daran dass ja tun schon einiges dafür dass sie nicht die tun einiges nicht in den nächsten Bundestag kommen und das muss dann auch wirklich also ich denke dieses Papier das sollte man wer irgendwie was irgendwo eine Plattform hat vielleicht stellen wir das auch auf die Kanzleiwebseite also dieses Papier die 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 Ablaufpyramide die sollte eigentlich überall veröffentlicht sein und je Tag damit man nicht irgendwie das vergisst die die Ablauf das sind die Leute eine eine falsch rum gesetzte Pyramide wo wo Schritt 1 oben in der Spitze steht und dann eigentlich nur von Narrativen statt von Inhalten sprechen das das muss wirklich das muss wach gehalten werden bis zum Wahltag doch das kriegen wir aber hin also die Ablaufpyramide vielleicht könnten wir uns auch vereinbaren dass wir das täglich um 15 Uhr gegenseitig anrufen und dann gucken wir uns die D-Day Ablaufpyramide an so war das Heft raus Heft raus D-Day Ablaufpyramide ich muss an der Stelle noch also ich hab noch zwei drei Punkte und zwar und das weiß ich aus eigener Erfahrung und da sieht man auch an der Reaktion der FDP das auf die eigene Webseite zu spielen zu stellen daran sieht man auch dass da im Moment im Dietrich-Genscher-Haus den der Arsch so dermaßen auf Grundeis geht weil das ist einfach eine extrem dumme Entscheidung wenn du wenn du schon der Meinung bist dass du nicht die Wahrheit sagen musst wenn du der Meinung bist dass du die Öffentlichkeit darüber im Dunkeln lassen möchtest was du da die letzten Wochen gemacht hast dann lässt du dich dazu das kannst du als Strafverteidiger vielleicht kennst du das sogar auch dann lässt du dich in der Sache halt einfach nicht ein weil die 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 Süddeutsche Zeitung hätte dann halt ihre Berichterstattung bringen können und in der Berichterstattung hätte dann drin gestanden ja auf Anfrage hat die FDP hierzu keine keine Stellung abgegeben oder nicht nicht geantwortet bla 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 und dann könnte man schön gefragt wo ist die Nachricht dann könnte man schön dann könnte man schön im Nachgang sagen ja ne also das was da in der süddeutschen Zeitung drin stand das ist so also ist das so nicht abgelaufen das kann ich jetzt nicht bestätigen bla 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 und dann ist also die dann ist die Nummer schön also man 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 sät selber zweifel und so also ich meine wenn man wenn man der Meinung ist dass man so dreckig spielen muss wie die FDP das hier tut dann muss man es halt auch durchziehen da darf man dann nicht irgendwie mittendrin beim Haus auf Cards spielen aufhören und auf einmal irgendwie Haus auf Cards Kreisliga Südost oder so machen das ist das geht nicht sondern so also und und dann hast du immer das Problem in der Medienberichterstattung sobald du dich selber einlässt und das hat die FDP durch die Veröffentlichung auf ihrer Webseite getan sobald du dich selber einlässt ist da sportfrei bei den Medien und alle können und alle können drüber berichten und ich meine der Witz ist halt alle berichten jetzt darüber so wie das der Spiegel gemacht hat ne freie demolierte Partei also natürlich hat das jetzt dazu geführt dass die Süddeutsche Zeitung nicht ihren Scoop hat aber in ihrer absoluten Genialität haben sie halt dazu geführt dass es jetzt jede Nachrichten Webseite auf ihrer Titelseite bringt weil jeder jetzt natürlich für sich die Möglichkeit sieht weißt du weil die sind natürlich auch die sind territorial wenn die wenn der Spiegel jetzt da hätte schreiben müssen ja und das hat die Süddeutsche Zeitung herausgefunden und so da hätten die da hätten die schon direkt weniger Bock drauf gehabt die Story zu bringen da wäre das nicht auf HP1 gewesen so und so machen jetzt alle ihre eigenen Storys dazu jetzt geht da bei denen im Dietrich-Genscher-Haus das der Arsch auf Grundeis das heißt da werden sich dann auch mehr Leute unter drei unter zwei unter zwei sind die berühmt berüchtigten Kreise melden sich dann da zu Wort und also in Sachen Medienarbeit ist das was die FDP da gemacht hat das denkbar dümmste also wenn man Salami-Taktik macht dann muss man es richtig machen und dann darf man da also auch nicht einknicken und selber irgendwelche Konzepte auf die Webseite stellen und dann das hast du schon gesagt aber ich muss es hier an dieser Stelle nochmal betonen die FDP war der Koalitionspartner in einer in einer Koalition auf Bundesebene einer fucking G8 Nation Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft nee sogar die drittgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten ja und ganz ehrlich so ein so ein Kasperl-Theater das ist einfach das ist einfach unwürdig das ist unwürdig ja okay man kann irgendwie nachvollziehen so eine Dreier-Koalition ist nicht einfach da gibt es Reibungen wobei wenn man jetzt sich anguckt wie schnell unser also unser kommissarische Finanzminister der Herr Cookie ist wie schnell der den Haushalt fertig gekriegt hat liegt die Vermutung nahe dass auch das an Christian Lindner lag aber also das ist einfach es ist einfach hochgradig unwürdig und dann muss man dazu noch sagen und ich finde das hat auch eine besondere Qualität und ich meine darauf geht ja auch der Spiegel allen darauf gehen im Grunde genommen alle Nachrichten ein die darüber Nachrichtenseiten Medien ein die darüber berichten seit das aufkam auch insbesondere diese Zeitrecherche ja wo ja minutiös rekonstruiert wurde wie ja das war sehr präzise wie das alles ablief ganz toller Artikel die FDP hat das geleugnet die FDP hat das geleugnet die haben nicht gesagt ja ja das ist schon das haben wir jetzt zwar gemacht aber ist doch jetzt nicht so schlimm also das haben sie auch versucht mit dem was ist die Nachricht aber die haben die haben das geleugnet die wurden irgendwie ja die wurden irgendwie beim die wurden irgendwie dabei erwischt wie sie kompletten Scheiß gemacht haben so quasi auf Video und haben dann gesagt nee also das sind nicht wir die sehen zwar aus wie wir und reden so wie wir das war Christopher Lauer war es aber das war das war nicht ich weiß schon länger dass wir nicht besonders viel von der FDP halten aber jetzt noch weniger ich muss sagen das ist die FDP hat sich durch diesen Mummenschanz auf eine ganz ganz beeindruckende Art und Weise disqualifiziert es gibt ja dieses für höheres Empfehlen und die haben sich da also quasi für höheres nicht empfohlen was ist das Gegenteil von Empfehlen ja vielleicht auch noch ein Satz an so ein eine Redefigur die ich vielleicht begegnest du der auch häufiger aber ich begegne der in gerade so rechtlich etwas affinen Kreisen wie Strafverteidigern oder anderen Rechtsanwälten die ja schon eine jetzt nicht parteipolitisch aber so politisch philosophisch liberale Tendenz haben da begegnet man sehr häufig wenn die wenn die dann noch irgendwie zwei drei Jahre älter sind als 18 begegnet man sehr häufig folgendem ja die FDP eigentlich braucht man sie ja ach wären die doch noch so wie zu Zeiten von Gerhard Baum Burkhard Hirsch Lord Höser Schnarrenberger das Liberale und dann nicken ganz häufig ganz viele Leute und sagen ja ja eigentlich braucht man die ja und da möchte ich jetzt einmal folgendes korrigierendes sagen Doppelpunkt nein 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 man braucht dieses Gedankengut braucht man aber man braucht keine Partei heute die das früher einmal vertreten hat und heute nicht mehr vertritt das braucht man nicht das ist ein sehr häufig ich treffe ihn recht häufig an also häufig also häufig anzutreffender Trugschluss dass man die Liberalen bräuchte nein nein man braucht liberales Gedankengut davon bin ich schon sehr überzeugt es hat aber mit FDP nichts zu tun also bitte lasse sich niemand einreden man bräuchte die FDP die republikanische Partei in den Vereinigten Staaten von Amerika war ja auch mal eine sehr progressive und auch sozialstaatliche Partei also das auch mit so Leuten wie hier Eisenhower und so die also sich äußerst kritisch zum Beispiel zum militärisch industriellen Komplex geäußert haben als halt abzusehen war dass im Zuge des Zweiten Weltkrieges sowas entsteht bedeutet aber trotzdem nicht weil die Republikaner mal gute Präsidenten hatten dass das na dass das noch eine ja wählbare Partei ist und genauso sieht es hier mit der FDP aus ja also das ist schon es ist ich hoffe einfach sehr sehr inständig dass sich die FDP hiervon nie wieder erholt und ich sage es immer wieder es hatte einen Grund ich meine die Leute sind ja auch einfach ein bisschen dumm aber es hatte einen Grund warum die FDP 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen ist die waren damals schon also mit dem mit dem Guido Westerwelle und der spätrömischen Dekadenz und wie er dann da auf dem Parteitag in Richtung Medien gesagt hat ich lasse mir von euch den Schneid nicht abkaufen und so ja gut das nehmen die dann natürlich als sportliche Herausforderung und sagen so okay bring it on also die FDP hatte es sich in den vier Jahren so dermaßen verscherzt ne und die das war die sind ja mit 14% waren die in den Bundestag waren die in den Bundestag eingezogen und dann so ganz brutal abgestürzt und also ja es ist wirklich dass die Leute sich nicht daran erinnern hoffentlich erinnern sie sich an die DJ Ablauf Pyramide ein bisschen ja 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 also in der Tat und niemand sage man bräuchte das braucht man nicht ja schön schön ja oder nicht schön lassen sie uns davon lösen wir haben ja jeden Tag werden wir uns ja daran erinnern und aktiv die DJ Ablauf Pyramide wie gesagt nicht dass jemand hier versehentlich denkt die Pyramide fängt unten an nein nein die fängt oben an diese Pyramide fängt oben an ohne auf den Kopf gestellt zu sein ich hab sowas nie 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 ja aber gut bei der aber weißt du das ist wenn man das jetzt psychologisieren wollte könnte man sagen naja das ist ja klar weil die sind eh alle so ein bisschen von oben herab ja 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 so liebe liebe Leute aber so wie ich dich kenne lieber Ulrich müssen wir das jetzt abbinden ne wir wollten noch ganz kurz als Rüberstreuer über Olaf Scholz über Olaf Scholz den Kanzlerkandidaten der Vernunft der Vernunft also eigentlich hast du dich bei diesem FDP-Thema jetzt schon ganz schön verausgabt muss ich sagen hast du dich verausgabt aber ich wollte noch zwei, drei Sachen zum Habemus Kandidatum und Olaf Scholz ich denke das war korrektes Latein ja ja sicher Olaf Scholz jetzt ja jetzt Kanzlerkandidat hätte das gedacht jetzt noch mehr Kanzler der der Scholz-Zug ist jetzt der Scholz-Zug ist jetzt richtig ein Pfad der Scholz-Zug fährt leider auf der Aufsehen von vom Deutschen Bahn Vorstand jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem von dem Spezialagenten jedenfalls fährt er auf den Gleisen die die deutsche Bahn zu verantworten hat fährt der Scholz-Zug ja unser Kanzlerkandidat ist der der amtierende Bundeskanzler ist wer hätte das gedacht der Kanzlerkandidat mit dem die Sozialdemokratische Partei Deutschlands in die doch recht bald stattfindende Bundestagswahl zu gehen gedenkt und das kam nach einer etwas zähen Veranstaltung der Kanzler hatte ja kurz nach seinem Teleprompter Auftritt den wir vorhin schon einmal den nur Christian Littner fand das gemein viele andere fanden das sehr sehr gut sehr beeindruckend vor allem einschließlich meiner Person einschließlich ich selbst sehr wichtig sehr wichtig in der Ulrich-Wena Ablaufpyramide kommt das ganz unten ja ja hier wieder so ein Experiment mit n gleich eins gemacht aber 100% Zustimmung und jetzt habe ich mich selber ganz schön aus dem Konzept gebracht jedenfalls also nicht nur ich sondern auch am nächsten Tag die Fraktion die standen auf und haben also laut gerufen und applaudiert und what have you gemacht als der quasi siegreich Kanzler dann auch mit Blut an den Händen mit dem Blut des Finanzministers an den Händen kamen denn die Fraktionen die waren die waren hin und weg das war das zweite Mal dass Olaf Scholz wirklich standing Cojones auch gezeigt hatte das erste Mal erinnere ich schon nicht mehr aber also sagen wir die Zeitenwende Rede da dachte man ja oh jetzt jetzt hat er jetzt hat das Auto wieder ein bisschen Traktion aber und dann jetzt das zweite Mal der Kanzler Koch auf den Tisch und da sagen jetzt im Nachhinein sagt der ein oder andere es wäre vielleicht ein ganz guter Moment gewesen zu sagen so liebe Leute hier das ist der alte und neue Bundeskanzler und ist übrigens auch unser Kandidat da hat aber das hat wurde jedenfalls nicht gemacht ich behaupte jetzt natürlich im Nachhinein ich hätte das gemacht aber das ist vielleicht auch nicht so wahnsinnig relevant und dann ging relativ zäh zwei Wochen los wo Boris Pistorius zum Kandidaten der Herzen ausgerufen wurde ja aber nicht von der SPD das ist nämlich meiner Meinung nach ganz wichtig an dieser Stelle ja ja es kommt also jedenfalls zum Kandidaten der Herzen ausgerufen wurde von aus bestimmten Richtungen die SPD selber hat sich dazu praktisch nicht geäußert es gab dann so ein paar Spezialisten vor allem auch aus Nordrhein-Westfalen die sich sehr weit vorgewagt haben und gesagt das kann ja wohl nicht sein dass hier der beliebteste Politiker nicht Kanzlerkandidat wird sondern stattdessen der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten der Kandidat ist das war es aber aus der Partei heraus wie du richtig sagst das war es das auch schon denn in der Partei haben sich die Leute eigentlich nicht geäußert wer sich allerdings auch zwei Wochen nicht geäußert hat wahrscheinlich weil er sehr sehr beschäftigt war war Oskar Boris Pistorius der hat sich ja auch nicht geäußert ja und er hat auch nicht sein Doppelgänger Armin Laschet Armin Laschet hat sich auch nicht als Oskar Pistorius als mein Gott als Boris Pistorius verdammt nochmal verdammt jedenfalls also auch es wäre allerdings schon witzig gewesen wenn Armin Laschet auch Oskar Laschet oder wie der heißt wenn Oskar Laschet eine Pressekonferenz angerufen hätte in der er so getan hätte als wäre er Boris Pistorius ich fordere den Kanzler heraus und also hey Laschet du schon wieder nein ich will es doch gar nicht Armin Laschet unerreicht unerreicht jedenfalls also dann aber dann nach diesen zwei Wochen wo Boris Pistorius keine Zeit hatte zu sagen dass er nicht zur Verfügung steht hat er sich dann doch also in einem Video geäußert in einer Videobotschaft wie man das heutzutage so macht es ist glaube ich das kannst du jetzt gleich wahrscheinlich auch noch etwas präziser sagen ja es ist glaube ich wenn man die sozialdemokratische Partei Deutschlands so von ihrer Aufstellung her kennt ist vollkommen für jeden ausgeschlossen gewesen dass Boris Pistorius auch selbst Oscar Pistorius dass der Kanzlerkandidat hätte werden können selbst der wiederauferstandene Willy Brandt wäre nicht zum Kanzlerkandidaten gemacht worden genau jetzt du genau so das ist das ist die Ausgangslage jetzt haben wir dann nachdem Boris gesagt hat ich denke der Olaf sollte hier sein richtiger Top-Bundeskanzler und ein Top-Bundeskanzlerkandidat der soll es machen so was macht das mit dir Christoph was macht das mit mir also was ich ich kann natürlich irgendwie verstehen dass dass man darüber nachdenkt wenn man sich so diese Beliebtheitswerte anguckt hm wäre Boris Pistorius nicht der bessere Kandidat für die SPD man muss dazu aber sagen dass es da ja wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben aus der SPD heraus überhaupt gar keine Veranlassung gab also das war ja noch nicht mal so dass da also dass es auch nur im Spaß in Erwägung gezogen worden ist ja also normalerweise bei sowas da hast du dann schon auch jemanden mindestens aus der zweiten Reihe der dann da einen Ballon startet und sagt ja also ich finde wir sollten also dann hätte man das so angefangen dass man gesagt hat ich finde wir sollten jetzt eine ganz schnell eine Mitgliederbefragung auf die Beine stellen um ja irgendwie so ja aber wie gesagt die SPD ist da auch das muss man auch verstehen oder zumindest wissen wenn es dann da erstmal einen Kandidaten gibt dann folgen die dem auch bis in den Untergang so und was was mich so ein bisschen genervt hat an dieser Stelle war eben dass das in meinen Augen sehr stark von den Medien ausging so ja wäre es denn nicht was und der einzige Grund warum das sehr stark aus den von den Medien ausging war dass man also als Medienvertreter weiß dass man mit so einer mit dem penetranten Nachfragen ja ist das denn jetzt der richtige Kandidat und sollte denn nicht der Kandidat werden damit schaffst du schön oder kannst du wenn die Partei nicht ordentlich steht schreibst du damit eine schöne Krise der Partei zusammen ja weil dann gibt es immer irgendwelche Unzufriedenen die den Mund aufmachen und dann kann man immer sagen ja aber Herr Scholz was sagen er denn zu weiß ich nicht dem Landesvorsitzenden XY der jetzt gesagt hat das und dann wird da nur dadurch dass man also die ganze Zeit drüber redet irgendwann tatsächlich eine Geschichte draus und ich finde es ein bisschen ich finde es ein bisschen verlogen weil machen wir uns nichts vor das war auch bei ich habe es mir extra noch mal angeguckt das war bei Martin Schulz war das auch so der der Spiegel hatte dann da das Cover mit Sankt Martin ja also Martin Schulz wurde schon gehandelt als quasi der nächste gehandelt und behandelt ja wie der nächste Bundeskanzler und dann als der schön oben war in der Popularität als die SPD schön oben war in den Umfragen fing er dann auf einmal an ihm so Sachen vorzuwerfen wie ja der würde ja auf dem Wahlkampf veranstaltungen nichts Neues erzählen sondern immer nur die gleiche Rede halten und das ist komplett also muss man mal sagen dieser Vorwurf von Seiten von Medienvertretern ist ja einfach komplett asozial weil so läuft ein Wahlkampf ab du hast so eine Rumpfrede du passt die an ja also wenn weiß ich nicht in Bielefeld redest sagst du nicht also der Münchner in Bayern ja sie sie als Bayern wissen das besser als ich sagst du nicht sondern sagst du so ach dafür dass es Bielefeld gar nicht geben soll ist das ja hier eine ganz schöne Stadt so und dann spulst du dein Programm ab und genau so wäre es Boris Pistorius ergangen weil ich sag mal so da lagen dann schon die da lagen dann wahrscheinlich schon die Geschichten in der Schublade so nach dem Motto was hat Boris Pistorius eigentlich als Bundesverteidigungsminister gemacht und das hätte sich das hätte sich dann zugespitzt in Berichterstattung die dann insinuiert hätte dass die Ukraine eigentlich nur wegen Boris Pistorius gerade den Krieg verliert ja so und also das und das finde ich so ein bisschen traurig weil das zerstört in meiner in meinen Augen so ein bisschen also sowohl das Vertrauen in die Politik als auch das Vertrauen in die Politik Berichterstattung wenn man das Gefühl bekommt das ist alles nur noch irgendwie eine Show und also dieses Interesse an Boris Pistorius das war ja das war ja kein aufrichtiges Interesse das war ja nicht das Gefühl ach du meine Güte da hat man jetzt hier in der in der anderthalbten Reihe also weil zweite Reihe ist er ja nicht aber in der im vorderen im vorderen Mittelfeld hat man hier einen SPD-Politiker der weiß ich nicht alles verkörpert was man sich von der SPD eigentlich erhofft oder irgendwie so ja also ich meine Boris Pistorius ist jetzt kein Kevin Kühnert also ich meine Kevin Kühnert ist auch Banane aber dem traut man wenigstens noch irgendwie zu dass er da mal neue frische Impulse reinbringt wo man bei Boris Pistorius sagt ja das ist halt ein niedersächsisches SPD-Mitglied und wahrscheinlich auch ganz gut da in dieser Hannover-Connection drin weil ich glaube ohne Hannover geht in Niedersachsen gar nichts was will ich damit sagen das war so eine vollkommen gekünstelte Debatte die darauf aufbaute dass halt Boris Pistorius in diesen komischen Umfragen wo es um Politikerbeliebtheit geht wo man sich ja immer fragt wissen die Leute die da gefragt werden überhaupt worum es worum es geht ja also ich finde man müsste da immer so ein paar so ein paar Fragen stellen um einfach so den grundsätzliches Wissen was Politik angeht so abzufragen so weiß ich nicht wofür ist die Erststimme da wofür ist die Zweitstimme da wie oft tagt der Bundestag ja was macht der Bundesrat und dann kann man die Frage stellen wie gut finden sie denn die Arbeit von und so und ich glaube wenn du dann fragen würdest nennen sie wenn du dann sagst ja also Boris Pistorius finde ich total gut und dann müsste man eigentlich noch die Frage stellen nennen sie mir eine eine Initiative die Boris Pistorius im letzten halben Jahr auf den Weg gebracht hat die sie besonders gut fanden und da fällt das dann alles in sich zusammen wie so ein Soufflé und ja also es ist jetzt natürlich auch nicht der riesengroße Skandal der jetzt hier von Lauer und Wehner aufgedeckt worden ist aber ich muss sagen ich fand diese ganze Debatte oder diese ganze Pseudodebatte fand ich einfach in hohem Maße unaufrichtig und auch so ein bisschen unwürdig ja das macht das mit mir es ist auch so ein bisschen so ja es ist der reine Show-Effekt Unterkomplex denn also mit so einer mit so einer Scheinpräzision aus den Umfragen heraus also Stichwort beliebtester Politiker Deutschlands unbeliebtester Kanzler das ist ja so das gibt dem Ganzen den Anstrich als sei das fundiert diese Diskussion als sei es fundiert gewesen war sie aber nicht weil ansonsten müsste man ja sagen gut dann dann ist es eigentlich ein Unding dass die dass keine Partei Günther Jauch auch stellt der wahrscheinlich der beliebteste Mensch der Welt in Deutschland ist oder sowas und also darauf kommt es nun wahrlich nicht an und was ich auch sagen muss ich finde jetzt Boris Pistorius finde ich ja also es ist ja man ist jetzt schon ein gewisser Held wenn man als mit Beschaffung und Details bei der Bundeswehr auskennen die das auch alles recht positiv beurteilen was Herr Pistorius da bewirkt hat oder haben soll alles schön und gut so beeindruckend ist jetzt ja Boris Pistorius nun auch nicht also nur weil da jetzt einer mal ein bisschen gerade ausredet und ein bisschen weniger schwurbelt als der als der Durchschnitt meine Zeit also ich finde es schon sehr traurig und bieder da drin das Heil zu erblicken also wir müssen hier jetzt auch nicht extra schlecht reden ich glaube Boris Pistorius ist auf jeden Fall einer der besseren Politiker in Deutschland aber ja es ist sagen wir mal so diese es ist einfach keine gute Diskussionsgrundlage wenn man sagt es gibt hier eine Umfrage wer ist beliebtester Politiker in Deutschland und weil der Boris jetzt beliebter ist als der Olaf sollte es doch der Olaf machen das ist das sind keine das sind keine so funktioniert es nicht so funktioniert es nicht und man muss dazu sagen wie gesagt das haben wir aber schon mal gesagt hier in diesem Podcast man muss vorsichtig sein wir haben uns Anfang 2021 bei der Vorstellung Olaf Scholz könnte Bundeskanzler werden haben wir uns kaputt gelacht ja wir haben gesagt das wird zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock entschieden aber dann hat der Armin Laschet nochmal richtig aufgedreht hat der Armin Laschet richtig aufgedreht und Annalena Baerbock war halt einfach ja gut das war halt einfach nicht gut was sie gemacht hat und ja also man muss man muss mit Olaf Scholz der der ist der ist der ist erst weg wenn er wirklich ganz weg ist und bis dahin dann ist er auch wirklich ganz weg dann ist er auch ganz weg aber es ist wirklich alles möglich und insbesondere wenn also insbesondere wenn die Kandidaten also gut dass sich da Robert Habeck so einen Schnitzer leistet wie Laschet das glaube ich jetzt nicht aber wir wissen auch dass Robert Habeck jetzt möglicherweise einfach aufgrund der Tatsache dass die Grünen nicht so mehrheitsfähig sind nicht so mehrheitsfähig ist und Jens ach Jens Spahn sag ich schon und Bumsti Friedrich Merz der ist das ist eine loose cannon also da werden die werden in einem Wahlkampf werden die den schönen Pi sacken da werden die schon gucken da werden die schon gucken dass sie da ihre O-Töne bekommen wo der Merz wieder so Kracher bringt ja ich hab nichts gegen Homosexuelle solange die nichts mit Kindern machen so das also das wird da kannst du dich aber drauf verlassen bin auch sehr gespannt ich freue mich ja Freunde ja das lässt mich tief blicken wenn ich sage ich freue mich schon auf den ersten richtigen Schnitzer von Herrn Merz auf der anderen Seite traue ich Herrn Merz inzwischen fast zu dass der dass er sich jetzt dass er sich im Griff hat ja ja dass er sich so also quasi so seine Nervenenden verödet dass der dass er kaum noch irgendwas nicht maschinelles nicht maschinell produziertes sagt das glaube ich dass er sich jetzt sehr sehr konzentrieren wird aber wer weiß es reicht ja wie wir alle wissen es reicht ja ein schlechter Moment ein schlechter Moment ja ein schlechter Moment Spannend 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 auch ein schöner Begriff Spannende Frage ja was hattest du total spannend letzte Woche hattest du auch nochmal irgendwas gesagt war das spannend Spannend hat mir da auch über Spannend Spannend macht mich völlig fertig wenn die Leute sagen ich glaube es war Spannend ja what the fuck Spannend Spannend war Spannend ist Karl May ja das für den würde ich ja sofort früher aber da wussten wir ja noch nicht was Karl May überhaupt ist wie es noch kein Adidas gab ach man Ulrich ja das wird auf jeden Fall ich muss es abbinden ja also liebe HörerInnen das war die 182. Folge von Lauer und Wehner aufgenommen am Donnerstag den 28. November 2024 Lauer und Wehner Deutschlands bester Podcast für offene Feldschlachten und Ausstiegsszenarien und D-Day Ablaufpyramiden und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation wenn euch das hier gefallen hat man kann diesen Podcast unterstützen alle Infos dazu findet ihr unter plus.lauer und wehner.de an alle die uns bereits unterstützen bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken empfehlt uns weiter kommt gut durch die Restwoche lasst euch nicht durch die Day-Ablauf-Pyramiden in den Wahnsinn treiben und sowieso und überhaupt und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner macht's gut tschüss es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast der sie bewältigen kann Lauer und Wehner Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation Christoph Lauer Lauer, Wehner, Lauer Wehner, Lauer, Wehner Gesamtsituation Bewältigung bester Podcast Gas Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.